Hi, ich bin Max. Harry Potter wäre nicht dasselbe ohne die vielen tollen Darsteller, die die Filme erst zu dem machen, was sie sind. Genauso viele interessante Fakten und Details es über die Filme gibt, gibt es auch über ihre Schauspieler. Ein paar davon möchte ich euch in diesem Video zeigen. Viel Spaß! Nummer 1. Bevor Emma Watson 18 Jahre alt war, verrieten ihr ihre Eltern nie, was sie durch die Harry Potter Filme genau verdiente. Als sie dann volljährig war und sie ihr den unvorstellbaren Betrag auf ihrem Konto offenbarten, war Emma absolut fassungslos. Um die schockierte Emma etwas zu beruhigen, schenkten ihr ihre Eltern dann einen Kurs mit dem Namen Verantwortungsbewusstsein für Millionäre. Nummer 2. Daniel Radcliffe ist gerne inkognito unterwegs. Das ist bei Stars ja erstmal nichts Besonderes. Doch Daniel nimmt das sehr ernst. Er geht gerne in eher älteren, lockeren Klamotten raus, die Kapuze weit ins Gesicht gezogen. Als er einmal in diesem Outfit mit einem Pflegehund durch New York lief, beugte er sich zu diesem runter, um ihm bei der Winterkälte etwas Wärme zu geben. Als er wieder nach oben sah, stand ein Mann vor ihm, der ihm einen 5-Dollar-Schein hinhielt mit den Worten, hol dir einen Kaffee, Kumpel. Nummer 3. Uns allen ist die tiefe Stimme von Alan Rickman alias Severus Snape sehr gut im Gedächtnis geblieben. Doch habt ihr gewusst, dass Alan Rickman sogar wissenschaftlichen Forschungen nach die perfekte männliche Stimme hatte? 2008 analysierten zwei Forscher im Bereich Linguistik eine Vielzahl an Stimmen und deren Wirkung auf Menschen. Heraus kam, dass die Stimme, auf dessen Klangbild Menschen am positivsten reagieren, tatsächlich die von Alan Rickman ist. Dicht gefolgt vom Schauspielerkollegen Jeremy Irons. Nummer 4. Um den unzähligen Harry-Potter-Fans etwas zurückzugeben, drehte Tom Felton alias Draco Malfoy im Jahr 2015 eine Doku mit dem Namen Superfans. Darin besuchte er einige der größten Harry-Potter-Fans weltweit, führte Gespräche mit ihnen und gab kurze Einblicke in deren Leben als Harry-Potter-Super-Fan. Der Film ist übrigens kostenlos auf YouTube verfügbar. Nummer 5. Diesen Fakt habe ich schon mal in einem früheren Video erwähnt. Rupert Grint träumte schon als Kind davon, Eismann zu werden. Nachdem er dank Harry Potter das Geld dazu hatte, kaufte er sich tatsächlich einen eigenen Eiswagen und fuhr damit ab und zu durch die Gegend, um kostenlos Eis zu verteilen. Nummer 6. Für Promis ist es leider nicht immer ganz einfach, Dinge zu tun, die für die meisten Menschen vollkommen normal sind. Auf die Frage, was Emma Watson tun würde, wenn sie einen Tag lang keine Berühmtheit wäre, antwortete sie, sie würde sich auf einem Rockkonzert in einen Moshpit werfen. Ziemlich sympathisch. Nummer 7. Dumbledore als Flugzeugpilot? Gar nicht so weit hergeholt, denn Michael Gambon, der Darsteller von Albus Dumbledore, besitzt im echten Leben tatsächlich einen Pilotenschein und hat sogar ein eigenes Flugzeug. Nummer 8. Daniel Radcliffe ist ein echtes Arbeitstier. Mehr als einmal wurde er von seinen Kollegen für seine Zielstrebigkeit und seinen Ehrgeiz gelobt. Tatsächlich verpasste Daniel während den zehn Jahren, in denen Harry Potter gedreht wurde, nur zwei Drehtage. Und das nur, weil er an diesen krank war. Nummer 9. Auf die Frage, was Rupert Grint machen würde, wenn er kein Schauspieler wäre, antwortete er, er würde wohl irgendwas in der Kunstrichtung machen. Am liebsten aber würde er Hüte designen. Nummer 10. Im Jahre 2014 erhielt Emma Watson einen Britannia Award, welchen sie ihrem Hamster widmete, welcher während den Dreharbeiten zu Harry Potter verstarb. Kleiner Fakt am Rande, das Set Design Team hat damals einen kleinen Mahagoni-farbenen Sarg mit Samtfutter für das verstorbene Tier gebaut. Das waren zehn Fakten über die Harry Potter Schauspieler. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr Fragen zur Harry Potter Welt habt, könnt ihr diese dort auch gerne stellen. Ich werde versuchen, sie in einem der nächsten Videos zu beantworten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.